Prinz Harry kehrte Anfang des Monats nach Großbritannien zurück, um an einem Gottesdienst zum 10. Jahrestag der Invictus Games teilzunehmen und dort eine Rede zu halten. Prinz Harry versetzte seinem Vater, König Charles, einen subtilen Seitenhieb, als er erklärte, warum sich die beiden während seines jüngsten Besuchs in Großbritannien nicht treffen würden, behauptet ein königlicher Kommentator. Der Herzog stattete kürzlich anlässlich des 10. Jahrestages der Invictus Games einen flüchtigen Besuch in London ab, doch sein Sprecher kündigte an, dass der Prinz den Monarchen aufgrund des vollen Programms seiner Majestät nicht sehen werde. In der Sendung Royal Report von Sky News Australia sagte die Autorin und Rundfunksprecherin Esther Krakü, jetzt wissen wir, dass das nicht ganz stimmt, denn es wurden Berichte veröffentlicht, Dass der König Harry tatsächlich die Möglichkeit angeboten hat, in einer königlichen Residenz zu übernachten, anstatt in einer königlichen Residenz zu übernachten. Hotel, das natürlich mit Sicherheit ausgestattet wäre. Nicht die automatische bewaffnete Sicherheit, die sich der Prinz erhofft hatte, sondern ein gewisses Maß an Sicherheit. Krakü sagte, es sei bekannt, dass der jüngste Sohn des Königs darauf bestanden habe, in Hotels zu übernachten, wenn er nach Großbritannien komme, weil er glaubt, dass er anonym ein- und ausziehen kann und dass dies einen besseren Schutz bietet. Aber sie sagte, es wirft die Frage auf, warum er sich entschieden hat, nicht in einer königlichen Residenz zu übernachten. Wenn er zum Beispiel im St. James Palace übernachtet hätte, wäre er direkt neben dem Clarenz-Haus gewesen, und das wäre er auch gewesen. In der Lage, den König zu sehen, wenn auch nur für kurze Zeit. Und die Tatsache, dass er sich entschieden hat, in einem Hotel zu übernachten und dann die Presse darüber informiert hat, ist irgendwie ein Hinweis darauf, dass er versucht, etwas klarzustellen. Wir wissen, dass er immer noch mit dem Innenministerium darüber kämpft, dass ihm der Zugang zu automatischen bewaffneten Sicherheitsdiensten verweigert wird, und das ist der Grund, warum er, seine Frau, Megan Markele, und seine Kinder überhaupt nicht nach Großbritannien gekommen sind. Wir wissen auch, dass Harrys Antrag auf einen bewaffneten Sicherheitsdienst und die Ankündigung seiner Einreisen nach Großbritannien abgelehnt wurden. Hauptsächlich mit der Begründung, dass sie ihn nicht für wichtig genug halten oder dass seine Anwesenheit im Vereinigten Königreich eine Gefahr darstellen würde. Das Risiko war hoch genug, dass er das verdiente.